Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Märchen mit Sarah. Heute lese ich den vierten Teil des Märchens Das kalte Herz. Ich hoffe, euch gefällt's und viel Spaß. Als Peter nach Hause kam, fand er seine Mutter sehr in Sorge um ihn, denn die gute Frau glaubte nicht anders, als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden. Er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Wald einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Obgleich seine Mutter schon seit 30 Jahren in der Kohlenhütte wohnte und an den Anblick beruhster Leute so gewöhnt war, als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes, so war sie doch eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte, ihren früheren Stand zu verachten, und sprach, Ja, als Mutter eines Mannes, der eine Glashütte besitzt, bin ich doch was anderes als Nachbarin Grete und bete und setze mich in Zukunft vorne hin in der Kirche, wo reiche Leute sitzen. Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich, in die Glashütte hinabzusteigen, ging dort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, und guckte dahin, guckte dort, sprach dies und jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten, und seine größte Freude war, das Glasblasen zu sehen, und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren. Bald aber war ihm die Arbeit entleidet, und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, endlich die Woche nur einmal, und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus, und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig, und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maßkanne und knöchelte um Kronenthaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob das Glasmännlein Wort gehalten, und siehe, seine Tasche strotzte von Silber und Gold. Auch in seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten, und als der erste Tanz zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an, neben den Tanzbodenkönig, und sprang dieser drei Schuhe hoch. So flog Peter vier, und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte. So verschlang und drehte Peter seine Füße, dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, dass Peter eine Glashütte gekauft habe, als man sah, dass er, so oft er an den Musikern vorbeitanzte, ihnen einen Sechsbetzner zuwarf, da war des Staunens kein Ende. Die einen glaubten, er habe einen Schatz im Wald gefunden, die anderen meinten, er habe eine Erbschaft getan, aber alle verehrten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Geld hatte. Verspielte er doch noch an demselben Abend zwanzig Gulden, und nichtsdestum minder rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch hundert Thaler darin wären. Als Peter sah, wie angesehen er war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Das Tanzboden-Königskünste wurden von übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu Schanden und Peter führte jetzt den Namen Tanzkaiser. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber ganz so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben, wie der dicke Ezechiel. Und gerade dieser war es, an welchen er sein Geld verspielte. Und wenn er 20, 30 Gulden auf einmal verlor, so hatte er sie also bald wieder in der Tasche, wenn sie Ezechiel einstrich. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald. Und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser, denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Darüber kam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall. Und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte. Aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis verkauft, wohin man es am besten verschleißen könnte. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Eines Abends ging er auch wieder vom Wirtshaus heim und dachte trotz des vielen Weines, den er getrunken, um sich fröhlich zu machen, mit Schrecken und Kram an den Verfall seines Vermögens. Da bemerkte er auf einmal, dass jemand neben ihm gehe. Er sah sich um und siehe da, es war das Glas, Männlein. Da geriet er in Zorn und Eifer, vermaß sich hoch und teuer und schwur, der Kleine sei an all seinem Unglück schuld. Was tue ich nun mit Pferd und Wägelchen? rief er. Was nutzt mich die Hütte und arm ein Glas? Selbst als ich noch ein elender Köhlers-Bursche war, lebte ich froh und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wann der Amtmann kommt und meine Haare beschätzt und mir vergantet der Schulden wegen. So, entgegnete das Glas, Männlein. So, ich soll also schuld dran sein, wenn du auch glücklich bist. Ist das der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich so blöd wünschen? Ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht, wo in dein Glas verkaufen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst behutsam wünschen. Verstand, Peter? Klugheit hat er quält. Was Verstand und Klugheit, rief jene. Ich bin ein so kluger Bursche als irgendeiner und will es dir zeigen, Glasmannlein. Und bei diesen Worten fasste er das Männlein unsanft am Kragen und schrie. Habe ich dich jetzt, Schatzhauser am grünen Tannenwald? Und den dritten Wunsch will ich jetzt tun. Den sollst du mir gewähren und so will ich hier auf der Stelle zweimal hunderttausend harte Thaler und ein Haus und... Oh weh! schrie er und schüttelte die Hand. Denn das Waldmännlein hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen. Mehrere Tage lang erinnerte ihn seine geschwollene Hand an seine Undankbarkeit und Torheit. Dann aber übertäubte er sein Gewissen und sprach. Und wenn sie mir die Glashütte und alles verkaufen, so bleibt mir doch noch immer der dicke Ezechiel. Solange der Geld hat am Sonntag, kann es mir nicht fehlen. Ja, Peter, aber wenn er keines hat? Und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel. Denn eines Sonntags kam er angefahren ans Wirtshaus und die Leute streckten die Köpfe durch die Fenster. Und der eine sagte, da kommt der Spielpeter. Und der andere, ja, der Tanzkaiser, der reiche Glasmann. Und ein Dritter schüttelte den Kopf und sprach, mit dem Reichtum kann man es machen. Man sagt allerlei von seinen Schulden. Und in der Stadt hat einer gesagt, der Amtmann werde nicht mehr lange säumen zum Auspfänden. Indessen grüßte der reiche Peter die Gäste am Fenster vornehm und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie, Sonnenwirt, guten Abend, ist der dicke Ezechiel schon da? Und eine tiefe Stimme rief, nur herein, Peter, dein Platz ist dir aufbehalten, wir sind schon da und bei den Karten. So trat Peter Munk in die Wirtsstube und fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben angefüllt. Er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und spielte und gewann und verlor hin und her und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute, als es Abend wurde, nach Hause gingen und spielten bei Licht, bis zwei andere Spieler sagten, jetzt ist genug und wir müssen heim zu Frau und Kind. Aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel aufzubleiben, dieser wollte lange nicht, endlich aber rief er, gut, jetzt will ich mein Geld zählen und dann wollen wir knöcheln, den Satz um fünf Gulden, denn Niederreis ist doch nur ein Kinderspiel. Er zog den Beutel und zählte und fand hundert Gulden bar und Spielpeter wusste nun, wie viel er selbst habe und brauchte es nicht erst zu zählen. Aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte gräulich dabei. Warf er einen Pasch, gleich warf Spielpeter auch einen und immer zwei Augen höher. Da setzte er endlich die letzten fünf Gulden auf den Tisch und rief, noch einmal, und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf, dann leihst du mir von deinem Gewinn, Peter. Ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen. So viel du willst und wenn es hundert Gulden sein sollen, sprach der Tanzkaiser fröhlich über seinen Gewinn und der dicke Ezechiel schüttelte die Würfel und warf fünfzehn. Pasch, rief er. Jetzt wollen wir sehen. Peter aber warf achtzehn und eine heisere, bekannte Stimme hinter ihm sprach. So, das war der Letzte. Er sah sich um und riesengroß stand der Holländer Michel hinter ihm. Erschrocken ließ er das Geld fallen, das er schon eingezogen hatte, aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht, sondern verlangte, der Spielpeter solle ihm zehn Gulden vorstrecken zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche, aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche, aber auch da fand er nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus und jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches, immer so viel Geld zu haben, als der dicke Ezechiel. Wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Ezechiel sahen ihn staunend an, als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keins mehr habe. Aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schworen, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sich standhaft, aber der Schein war gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem Frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her, rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Türe hinaus. Kein Stern schien am Himmel, als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich, aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach. Mit dir ist's aus, Peter Munk. All deine Herrlichkeit ist am Ende und das hätte ich dir schon damals sagen können, als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg liefst. Da siehst du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rat verachtet. Aber versuch es einmal mit mir. Ich habe Mitleid mit deinem Schicksal. Noch keinen hat es geräut, der sich an mich wandte. Und wenn du den Weg nicht scheust, morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst. Peter merkte wohl, wer so zu ihm spreche, aber es kam ihn ein Grauen an. Er antwortete nichts, sondern lief seinem Haus zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Märchen gefallen hat, könnt ihr mich gerne weiterempfehlen oder mir eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Da würde ich mich drüber freuen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch zum fünften Teil. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.